Was mein erstes Taschenmesser war, ist die Frage. Und von wem habe ich das Geschenk gekriegt? Ich habe es von meinem Onkel bekommen. Und zwar war es ein Victory Nox. Ähnlich diesen, aber nur mit einer Klinge, Nagelfeilen, Dosenöffner oder sowas. Dieses Taschenmesser hat dann, so unerfahren wie ich bin, hat dann versucht sich an Weiden, Flöten, Schnitzen, Wanderstock, was man halt als Junge macht. Ich denke, mein erstes Taschenmesser hatte ich ungefähr mit sechs Jahren bekommen. Und dann ist mir ein Malheur passiert. Ich habe versucht, mal wieder irgendwo ein Loch zu bohren. Mein Taschenmesser hatte keine Lochale. Während ich so bohre, bohre und gestickt wie ich bin, hat sich die Klinge zugeklappt. Das war ein kleineres Messer gewesen. Und dann habe ich hier rüber, das ist so ein bisschen, so wahrscheinlich, Schnitte gehabt. Man sieht heute noch ganz leicht die Sonne hier und sah hier hergemerkt worden. Ganz dünne Narbe. Dieses Taschenmesser habe ich irgendwann mal verloren. Ich bin zum ersten Irkenschrauber, wie mich nach zur Klinik geflogen hat. Deutsche Luftrettung. Und dann hat mir mein Onkel eingedenkst in dieser Geschichte, die mir passiert ist, dann das erste feststehende, also feststellbare Victorinox geschenkt. Da war auch wirklich nur die Klinge und die Zahnstocher-Pinzette drin. Das war für mich ein großes, ganz großer Fortschritt. Und leider habe ich das vergeben. Die Person, die es vergeben haben, kurz verloren. Schöne Rohre. So, dass hier das ist. Okidoki. Also das ist hier ein Thema. Einfach gut schön. Und jetzt ist das hier. Und jetzt kommt der Brenntopf. Und dann kommt der Brenntopf. Dieses, die Blockhütten-System vom Kochständer, ist ein bisschen runter gebrannt inzwischen. Jetzt wird noch Gewürz, Salz und ich habe aus Israel Sartar mitgenommen. Das war noch vom letzten Mal und habe gemischt mit Majoran, Thymian und Kräutern der Provence. So. So, jetzt muss ich noch ungefähr 5 Minuten nachkochen und dann heißt es einen guten Appetit. Und ich habe es gerade dick aufziehen gesehen, schnell zwischen die beiden Bäume hier eine Schnur gespannt und jetzt hagelt es sogar gerade und mich darunter geflüchtet mitsamt der Kamera. Und da kocht es schön weiter. Oh, das war es schon wieder, oder? Ja, noch nicht ganz. Aber gleich gibt es Essen. Inzwischen habe ich das hier an Leinen abgezucht und hier, damit ich besser stehen kann im großen Stamm. Und jetzt geht es mal kosten. Die Sonne ist auch wieder rausgekommen. Mal gucken, wie lange. Hier. So, jetzt noch schnell Knoblauch, reingeschnippelt, gegessen, bevor es wieder anschließt und wieder so schwarz. Knoblauch gibt echt einen guten Pepp. Den Schuh tue ich auch einseitig scharf, vielleicht artig anschneiden. Oh, das riecht gut. Das dampft so schön. Die Bänke sind nass. Alles ist nass. Jetzt denke ich darüber nach, schon eine Videoantwort für den Willi zu machen. Die Sitzgelegenheit. Also. Heiß. Geht. Geht absolut. Geht gut. Und man kann so warten. Die Suche. Damit wir wohnen. Oh, das ist gut. Aber die Kräuter der Morais. Die können wir mal Close-up machen hier. So geht's aus. Ich hab die einfach mit Schale gekocht. Die Frau kommt doch nicht. Ich hab mich erinnert, die kann gar nicht heute kommen. Also dann, guten Appetit. Oh, das Essen muss jetzt im Shelter weiter gehen. Es regnet schon wieder. Ich hab noch zu heiß. Vielleicht geht es so. Ah ja. Es funktioniert sogar. Ich hab einen Stock in der Platzhose drin stecken. Dann kann ich den Topf auf der einen Seite einhängen. Und mit der anderen Hand schön halten. Es gibt doch nichts besseres, als ein heißes Essen. Egal wie es Wetterbrauchen rum um ist. In diesem Sinne. Weiter so. Ich bin einiger. Ich bin einiger.